zur frage des monats was kann ich tun wenn ein aufgelöstes thema nicht stabil ist und immer wiederkehrt muss man besondere fragen am ende stellen ob man etwas zu übersehen hat vergessen hat und so weiter ja kann man machen aber ich glaube du kannst doch einfach die ergebnisse leben der primären arbeit also innerweise ist ja kein system was der leben schön macht sondern innerweise ist ein system was dir hilft dein leben zu erkennen und zu verstehen warum du da bist wo du bist und zu erkennen was du verändern muss das heißt wenn diese veränderung die integration ins leben nicht stattfindet ist diese ganze arbeit auf dem papier mit den karten im feld wunderschön fühlt sich gut an wie ein kleiner rausch aber natürlich nicht die lösung also das erste thema ist immer wenn etwas nicht stabil ist ist es auch das ergebnis in die praxis integriert es ist an einem to do mit einer realität mit einer mit einer aktivität unterlegt und ins leben integriert frage nummer eins punkt nummer zwei kann natürlich sein dass du das thema überhaupt nicht durchdrungen hast das heißt du hast deine oberfläche gekratzt so weit gekratzt und bist so tief vorgedrungen wie du jetzt gerade konnte ist das heißt wie denn jetzt aktueller stand der erkenntnis und des wissens zulässt und jetzt gilt es erstmal diese nächste ebene zu durchdringen und die dann auch wieder zu analysieren und zu verstehen und dann kommt meine schicht tiefer und tiefer und tiefer und so gibt es halt themen an denen man nicht nur eine minute arbeitet im leben sondern es gibt auch themen an dem man zehn jahre im leben arbeitet oder noch länger andere arbeiten ein ganzes leben an bestimmten themen und versuchen sie zu verstehen und ich glaube da sollte man nicht drüber böse sein das ist doch großartig das ist doch andere leute müssen sich irgendwelche geschichten im fernsehen angucken um sich zu beschäftigen und die interessanten menschen die können einfach durch nachdenken sich alleine beschäftigen und deswegen ich bin froh dass ich noch themen habe und zwar gute saftige thema an denen ich arbeiten kann weil sonst ist doch gar kein erkennen mehr und da der weg das ziel ist und nicht das ziel das ziel ist ist es gerade das spannende also ich bin heilfroh dass ich immer wieder neue ebenen auftun und dimensionen und deswegen ist immer tiefer geht also punkt nummer zwei ist bist du überhaupt in der lage alles zu erkennen was mit dem thema zusammenhängt dritter punkt ist es können natürlich auch trickreiche geschichten laufen dass du also dass da irgendwelche backups und kopien und sonst irgendwas vorhanden sind die frage ist nur wer hat die installiert also hat das jetzt das böse äußere getan oder hast du vielleicht selber doch ein kleines backup installiert oder eine kleine kopie oder irgendwas oder noch eine illusion erschaffen um dann doch noch auf der anderen seite zu bleiben um vielleicht doch mit der anderen seite zu spielen sogar also die frage wie weit ist eine grundorientierung klar ist eine grundorientierung das licht das helle oder ist eine grundorientierung das dunkle und das ist eine ganz ganz essentielle frage wo zieht es uns ganz unbewusst hin und welche art von erfahrung schaffen wir natürlich müssen wir immer wieder diese welten vermischen licht und dunkel um zu erkennen aber die frage ist doch wo fühle ich mich primär zu hause und gerade die menschen die sehr viel schmerz erlitten haben und das kann sogar schon vorderzeugen gewesen sein als seele es kann sein die dass das die das vertrauen in das lichte verloren haben und dass sie deswegen eher auf der dunklen seite suchen natürlich unbewusst nicht bewusst ganz klar aber deswegen viel mehr von diesen erfahrungen erschaffen als andere also auch eine möglichkeit drittens wie ist eine grundorientierung auf welcher seite möchtest du lernen und ich glaube das sind die drei essentiellen fragen also ich glaube nicht dass es mit einer zusatzfrage geklärt werden kann wenn thema ein stabiles sondern dann braucht es einfach ruhe nachdenken zu lassen die ereignisse zu lassen sie betrachten und durch immer tieferes erkennen und praktisches umsetzen und hinterfragen wo ich eigentlich grundsätzlich hin will um zu klären warum bestimmte ebene noch da sind also deswegen mit einer etwas größeren gelassenheit zu sagen okay hat alles schon seinen sinn so wie es ist meine aufgabe ist hier zu erkennen und nicht zu fixen und deswegen dürfen manche themen ja vielleicht auch mal drei jahre fünf jahre zehn jahre oder 20 jahre brauchen bis wir sie verstehen